und damit herzlich willkommen zurück zu let's play rocket league mit niroy rocket league hallo so kann man mal ein bissel doppel spielen und doppel machen wir einen doppelten was warst du da für einen rang im moment ich schaue kann ich jetzt gar nicht ach schlaupt gold ja gut das ist besser als platin akzeptabel da kriegt man ich bin gerade so über 1 aktuell hat er ziehst mich runter auf silber gerne ich bleibe hinten ich gehe mal ran und wieder ein paar spiele gemacht da bin ich hier da ist mir schon wieder aufgefallen mit dem scheiß ping ehrlich ja völlig abgefahren das ist nicht in ordnung ich habe heute erst habe ich schon mal gespielt ja ich glaube ich wurde gerade geschubst ja gut es war sehr gut ich glaube jetzt schließt da rein genau so das sind die tore die uns immer ankötzen aber ja ist halt so aber wir müssen noch immer paar spiele gewinnen richtig hier an ja ich spiele gerade völlig aus der kalten daraus ich habe schon mal gespielt aber es bringt mir sowieso nichts wenn ich war im spiel weil ich scheiße ich habe eine bescheuze sorry kein ding da vor uns jetzt ein bisschen ausprobiert meine kamera perspektiven einzustellen und so das ist mir aufgefallen aber diese kamerasicht fällt immer auf max ja wenn du das aber auf max stellst immer verzieht sich das alles so sehr dass dir das spiel so schnell vorkommt alles okay ich habe es ja so wie du es mir damals mal gesagt hast da muss ich mich erst mal arg dran gewinnen ja ja finde ich angenehm ja da geht er noch mal richtig ran oh ja da geht er noch mal richtig ran oh ja da ist ja 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 das spiel ist denn zusammen oh ja oh ja oh ja oh ja da hat er ist ihm er und wenn man sagt auch was schafft das ob ich mich noch nicht gut hab mich gerade übers müde aber weiß gar nicht mehr zeitig ist mitten in der nacht ja ja genau gar nicht deine dosis normalerweise oh es laggt auch wie immer büßt hab ja einfach deinen wust weggeschnappt dieser typ Soll ich mal ran? Ja, das war Schnee, aber es war der Krieg noch. Schön reingepresst. Schönes Ding. Hast du doch gepasst hier auch nicht noch? Nee. Bleib hinten. Ja auch. Ja auch. Nicht lang. Guck mal, war ein Fake. Kein Problem. Erstes ist gleich kein Gegner herangegangen, weil die dachten, dass ich den treffe. Na, siehs. Ja. Nö, nö. Nö, nö. Einfach. Das ist einfach für uns. Nö, nö, nö. Nö, nö, klar. Kommst du mal mit dem Holz zu. Nö, 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 nö. Was brauchst du für Holz? Ich dachte, ich mach jetzt Platten. 3 Millimeter, hä? Nö, nö, nö. Das Geschmatz ist dann immer noch. Ja, ja. Nö, nö. Oh ja, guck mal, wie schön ich gerade geblockt hab. Oh, da kommst du mal ran? Na, halber. Oh scheiße. Na ja, das ist ein Pass für dich, hä? Ja, wenn die noch mal ran kommen. Nö. Ah, ich hab's versaut. Hast du? Ja, was? Ich hab's auch ge... Was, versau ich nicht? Ja, guck mal. Ja. Ja. Nö, nö, nö. Oh, 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 oh! Oh! Oh, oh! Schöner Fake. Das ist doch noch so ein kilscheck. Oh. Dieser Scheiss-Typ! Ah, guck mal hier! Kommt ruhig ran! Diese Scheiss-Wuschis! Hab ich, hab ich, hab ich! Sorry, aber... Ich war ein bisschen zu langsam. Ja, ich auch. Ich geb Boost. Das ist schon eher meine Liga hier. Oh, oh! Ah, der Krieg diene schön! Hey! Sorry! Jawoll! Ey, von weg! Gott nicht! Oh, schön noch weg! Ja! Oh! Oh, das ist nicht schön! Oh, das ist nicht schön! Oh, ja! Oh! Nein! Latte! Das war zu hoch! Latte! 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 Immer beim Spiel! Ja, weil du wieder keine Hose anhast! Richtig! Ich bin nur erregt! Ich spiel schon viel besser! Das merkt man, ne? Sofort, ob man eine Hose anhat oder nicht! Ja! Also ich merke es! Ey! Ich spring ja wie so'n blind hier rum! Schön! Na geil! Ja! Das ist aber nicht in Ordnung! Das ist nicht okay! Wir geben da auch nicht auf! Oh! Super 2! Ah! Und Gold! 3 war ich sogar! Aber Liga 1 ist von daher! Ja! Schön, schön, schön! Noch 1! Ja! Noch 2, 3! 5! 5! Stück oder 20! Zentner, Zentner Kilogramm! Genau! So ein scheiß Gelap! Das ist wie in den letzten beiden Folgen gestern! Ich hab dir noch mal angeguckt und ich konnte nicht verlassen! War gut? War gut! War gut! So ein scheiß Gelap ist immer gut! War gut! Hat du gut gemacht! Du hast! Ja! Ja! Very nice! Oh! Ich wollte dir mal sagen, du schöne Mann! Schöne Mann! Haha! Macht der? Oh, der hat Lecks! Glaub ich, der Gegner! Wenn du kommst nach Thailand, dann mag ich deine Popo Aua! Haha! Ich bin doch letztens bei den Tschechen so schön mit dir fahren, wo ich ne! Ich wollte mir doch ne Jacke kaufen! Bei den Tschechen, okay! Oh! Uh! Oh! Entschuldigung! Ja! Geht's jetzt noch weiter? Wenn ist doch hier oder? Ja! Wenn! Ich bin am Konzentrieren! Brauchst du doch nicht! Ich mach's doch schön! Gut! Sehr gut! Das war auf jeden Fall noch so Ende Sommer! Und da hat ihm noch so ne echt so ne richtig dicke graue Jacke gegeben! Hab ich gesagt, das ist das für ne mega dicke Jacke hier! Oh! Ja, das ist ganz billig genug! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Das ist nur für dich! Ganz günstig! Billig! Das ist trotzdem ne Jacke für den Winter! Ja, nein! Übergang! War wohl so ne richtige Winterjacke oder was? Ja, das war ne richtig so ne fette Strickjacke geworden! Naja, das war Übergang! Ne Übergang! Übergang! Boah! Hab ich jetzt nicht gesehen! Bäm Junge! Bäm! Ich hab mir's wie im Kino aus der letzten Reihe angeguckt! Geil, geil! Erdbeer, Erdbeer! Ja! Das wär schön! Meine Bumke! Was sind meine Bumke los? Domein, das machst du jetzt mal alleine! Ich bin grad... Äh, 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 äh! Ich... Da! Äh, 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 ex! Ah, das! Ah ja, easy! Oh! Höhen gesaved! Uh! Der Weihnachtsmann ist an mir vorbei! Nee! Dumm! Sehr dumm! Ach der! Uh! Oh, das war ein schönes Passspiel! Ja, das war gut! Oh! Und ich war schlecht! Das war gut! Das war... Das war nicht gut! Hat du nicht gut gemacht! Nein! Tatsächlich nicht! Ich hätte einfach mal eher rangehen zu den Augen! Man weiß immer nicht so richtig! Ich bin mir schon von der Asiaten zu Indien gekommen! Außerdem ist es der Papa schlumpft da gegen uns spielt! Und dass es ein Smurfer kann! Stimmt! Alle Smurfer! Ja! Ach, das waren wir so! Ich hasse das! Hab ich mich wieder verarschen lassen! Entschuldigung! Ups! Da kommt er doch rein bei uns, ey! Ach! Ah, stark! Rein! Da, da ist scheiße! Jawohl! Geil! Oh, hat sogar noch weggequetscht! Oh, ey! Die Legs közten mich wieder ein! Oh, oh, oh! Schade! Jeder hat nochmal ran! so schön was ich das gesehen was das blaue da hat mich wirklich weggepumpt ja ich nochmal ich er hat kein boost und ich konnte nicht versuchen zu fliegen hast du ja mach ich boah das ist was für mich boah fitze hoch was mache ich denn ich dachte es ist was für dich jetzt ein oh nein da sind wir für bobbies du otto otto diese düben düben so das war teamspiel ich schubs den gegner und du nimmst den ball ja wenn das umgedrehtes kotzen wir immer wie sauer ja du scheiße ach nein nein oder sich verdient oder sich verkämpft niemand verdient sich hier richtig gegen uns hat eine sündbrille auf der spielt nur mit sündbrille ist bestimmt eine vr sündbrille huja so jetzt geht es aber richtig los so übrigens aufgefallen dass bei uns im TS jemand Ficky heißt Ficky? Ficky die starken männer äh ja die starken boys das war gerade richtig schlecht richtig richtig joh hieroi du machst das nein ach ich kann das noch nicht ich kann es einfach nicht ich werde es wohl nicht lernen ich werde es nie lernen ja komm geht ran und taubert mich taubert mich taubert mich lächeln ich geh gleich nochmal rein hier ja oder der hat er den? der hat er den jetzt hast du den jawai oh mal richtig ran oh schön oh sorry ach sorry ich wusste nicht dass du schon da bist kein Problem ich dachte du brauchst wie immer ein Stück länger das ist in der regel richtig schlimm ach kommt lass uns doch wenigstens mal nach oben reinhauen ach man ach das war ein Wutdings jawai hau ihn rein haben wir doch noch eins jawai wir wollten noch eins schießen ja deswegen hab ich gedacht ach dann haben wir noch 2 Sekunden dann können wir noch eins schießen ja passt von mir und du hast es verendet perfekt geil oh man hau ihn gleich noch eins rein ja schießen wir zu mir oh schade die Weihnachtsmannmütze ist aber schon cool muss ich sagen ja die finde ich auch cool an dieser Weihnachtsmannmütze ich glaube den hatte ich auch schon ok ok aber jetzt komm schon jetzt ja jetzt räumen wir nochmal ruhig auf na eins gewonnen eins verloren ist doch ok oh mein Vanillegetränk ist leider alle du hast ein Vanillegetränk gehabt ja da ist aber eine Frucht drin die hat mich noch nie gehört die heißt kuaku ach ne klar ist das eine Art Kakaobohne ist das ne das ist ja kuaku oh scheiß ich hab einen mega kacki ich bin in pink das ist nicht schön pinking mach es da alleine ja bitte naja wie hoch ist die 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 ach das war's ja du ja sonst ohs schade sorry schön schön ach so ein geiler Fake ja ne das ist wichtig so was da denken die nämlich das ist ein Beitreffner und pf jetzt ist er fast wieder zurück gespielt boah es ruckelt oh man bei mir aber auch da ist er oooh geile das ist eine geile Sau danke 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 das war schon vergebnis des Leibes war ne schlechte Vanille uuuuh das war auch fast war ne schlechte Vanille ich denke sie liegt an der Kakaobohne ja ein Quacku da werden sie sich einfach verschrieben haben das ist verschimmittig Kakaobohne schlechte Kakaobohne uuuuh ach komm warum kann ich so was nicht mehr reingehen oh ich wurde weg gepoppt und schon wieder hau doch mal ab mit deinem komischen Schirm aufm Kopf ach scheiße hey schön 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 so muss das danke 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 bitte gern wie ein Pfeil Silberpfeil nur halt lila wie ein Pfeil ha ha ok im zirrbar klingt das ja schon wieder aaaah stark naja ne boah ist da noch mal angekommen die Sorgen pfft easy ja kommt jawoll sehr schönes Ding find es echt schön dass warte du fährst he ach ich ok ich find es echt schön dass wenn du deine Mutti fragst dass die wirklich immer gleich für dich spielt ja die hat ja immer Zeit find ich gut ESL Spielerin ich war der erste ich war generell der erste bei ESL ach der hat ESL gegründet haha oh das war rotz oh ja da steig ach komm hinein oh jetzt hab ich wieder zugeguckt ich hätte noch mal ran fahren müssen ich trotte zugeguckt wie so ein nötgeiler Zuschauer ich hab schon noch gepasst nein 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 ach was sind mit den Düpen da los Düpen oh dann ball nicht mehr ran ach fuck da bin ich oh geil da bin ich zu spitz hochgesprungen ach ich wollte noch die Torexplosion sehen ja ist richtig geil absolut erfolgreich 2-1 Scherz wir müssen noch durchhalten schießen jetzt noch 5 hui aber jetzt ja 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 achso ich war schon wieder fake ja 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 Aaaaah, siebt dich, mein Gott! Klang grad schön, JA! Ach scheiße! Ich wollt euch in der Aufnahme über die Tore zu Ende angucken! Vor allem wenn die von mir geschossen werden! Wird doch eh keiner sehen! Meine schon! Oh, da kommt noch ein Tag! Oh ne, ich trottel! Ah, da kommt zurück! Shitty Shitty! Condor Goal! Oh, das geht auf meine Karne! Egal! Oh, Höhenfeuer, die haben ja nur solche geilen Sachen! Oh, das sind liebste Nerds! Ja, die schwingen ganz nahe! Ah, er ackert mich, dass ich das grad nicht neu gemacht hab! Hat er verdient! Der Ansatz ist nicht ganz schlecht, aber halt auch nicht gut! Oh, aber bei dir sehr schön! Was sind die Dinger selber oder irgendwie? Hab ich nicht das Gefühl! Ja, ja! Ich bin für uns! Ja, die wissen, dass wir endlich mal ein bisschen aufsteigen müssen! Richtig! Das gönn wir denen einfach mal! Ja! Die gucken uns bestimmt jeden da! Dreimal! Abonnenten! Aber gut! Aber nicht gut genug! Geblockt! Bäm! Jawoll! Ja, komm! War ein Pass! Pass-Spiel! Ja! Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was machen! Ich komm mir nimmer da ausreden! Ich hab keinen Boost! Ich dachte, das war leider wirklich so! Oh! Ah, da geht rein! Ups! Ich bin raus! Oh! Komm mal, hau ne rein! Oh! Schade! Aber gut! Sehr gut! Das ist gut! Prima! Nö, schön! Das lief doch ganz gut, würde ich sagen! Ja! Und da haben wir einfach mal ein bisschen gepennt, denke ich! Eben! Eben! Aber, wie es halt immer so heißt, wenn es am schönsten ist... Armer! Soll mal aufhören, ne? Ah, diese Faultier! Ich weiß auch nicht, von wen ich das Faultier habe! So nicht! Ah, ich finde die gelben so geil! Die gelben! Die sind wirklich cool! Ja! Siehst du das immer gleich, wenn ich ein Auto wechsle? Ja! Gut! Na gut! Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder! Bis dahin! Tschüssi! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen!